Und auf geht es 200 Meter der Ballen. Applaus Zielanlauf. Dritte wird Sherika Jackson, die Chima Kahnarin mit persönlicher Bestleistung, 22,46. Und die 400 Meter Weltmeisterin mit Jahresbestleistung, Phyllis Francis, die Zeiten jetzt auch eingeblendet auf der Anzeigetafel. ...gegeben für den zweiten Moment, für den Olympiasieger, Thomas Röser mit dem Rennenversicht.